Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Das wird teuer, Hank. Hey, und was soll ich mit dir jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße, das wird doch nichts. Probieren wir den hier. Ich hätte auch bestimmt was gesehen. Aha, da. Haben wir dich doch. Ah, sie lief noch da hinten. An der dritten Stange vorbei. Da war aber eine Frau. Ah, die da hinten, genau. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Ah, ja. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die Re... Nicht so schnell. Äh, sie. In den roten Raum ist sie gegangen. In den roten Raum, und dann müsste sie an dem Typen vorbei. Theoretisch. Allas. Aber Schätzlein, hast du was gesehen? Okay, anderen Androiden muss ich geprüft werden. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Äh, da kommt die rein. Das heißt, einer von den beiden. Äh, das wird echt teuer für dich. Äh, sie. Die stand da hinten. Und er ist dann da hinten in den Raum gegangen. Jetzt haben wir dich gleich. Miststück. Miststück. Okay, den befragen wir jetzt. Den Putzer. Den können wir... ... leider nicht befragen, weil... ... ist die etwa hier drinnen? Du hast keine blauen Haare, du hast keine, du hast keine... ... entschuldigen Sie. Leider nicht. Okay, komm. Musst du aber was gesehen haben. Wir sind jetzt bei... ... äh, 90 Euro, ne? Äh. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Eine Minute gescheiße. Eck. 120. Kaiser. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle. Ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ja, sorry, Eck. Da. Da in den Raum ist sie gegangen. Okay. So, da in den Available-Raum ist sie reingegangen. Komm raus, da. Wir wissen, dass du hier bist. Jetzt sind wir verlassen. Scheiße. Oh, da musst du doch... ... du musst doch was gesehen haben, als sie rausgekommen ist. Scheiße. Da war er immer noch da. Nichts. Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Da haben wir noch. Ah, sieben Sekunden. Wo liegen sie? Wie ist hier lang? Ah, ah, ah. Mit der... Durch den Mitarbeiter-Eingang. Ich weiß, wo sie her ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Was ist das Limit? Nein, haben wir nicht. Oh, Gott sei Dank, Alter. Alter, Vater, war das knapp. Warte! Ich übernehme das jetzt. Mach das, bitte. Hat dich ein bisschen gekostet, aber... Na, wo bist du? Ich suche das Lager. Scheiße! Wir sind zu spät! Aha. Blauhaarige Tracy. Wann ist da los? Nein, waren die doch nicht. Blaues Blut. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Einzeln. Das ist nicht der André, den wir suchen, ne? Ei. Keine Bewegung! Au. Au. Hallo? Da, la, la. Scheiße. Hey. Mal langsam und hier ungefähr. Äh. Und dann. Ich weiß was. Au, das ist jetzt nicht so weit. Äh. Ja. Ja. Nein, nicht eng. Verdammt, ich wusste, dass sie vorhin flachlegen. Schnell, sie entwischen uns! Au. Ab dich. Nee, nee, nee. Hallo. Hey. Ich bin hier das Opfer. Au. Hässer? Hey. Kannst du mal bitte? Ich bin hier. Schieb. Bitte ich. Du beenderst polizeiliche Aktivitäten? Äh. 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 Warum? Warum hast du sie umgebracht? Äh. 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 Mit der Sache zu tun? Ey. Sie hat dich beschützt, ja? Polizeiliche Behinderung. Ich sag's so, wie es ist. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich hab ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Ist er um hoch oder um runter? Doch die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach. Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du. Du hast sie mir weggenommen. Scheiß mal auf Software-Update. Ich liebe sie. Ich hab sie geliebt. Kurz. Mein Gott. Na gut. Letztlich wird es nicht ganz so gut. Wir sind jetzt nicht mal mit Hank befreundet. Das ist belastend. Abweichler sind gestorben. Abweichler verschonen. Jetzt ein anderes Ende gegeben. Ne, mach ich aber nicht nochmal. Ne, mach ich aber nicht nochmal. Genau. Ne, mach ich noch mal.